Wäre sagt, du warst in der Klapze? Ja, aber freiwillig. Wegen was denn? Das ist meine Sache. Triffst du den Typen noch? Welchen Typen? Aus dem Eden. Nächste Woche wieder. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Warst du bei dem auch mal zu Hause? Weißt du, was das Schöne am Putzen ist? Dass es immer wieder dreckig wird.